Ich hatte das erfahren in der Umweltbibliothek damals noch über Christian Halbrock und über Reinhard Schuld vom Neuen Forum. Und dann hatten die uns gesagt, wir treffen uns dann und dann hier vor der Tür. Ich muss ehrlich sagen, ich bin so ziemlich davon überzeugt, dass ich nicht wusste oder dass mir nicht bewusst war, sagen wir es mal so, dass ich dann hier die nächsten Wochen zubringen werde. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche Großklamotten bei hatte, weil ich bin nämlich dann mit der U-Bahn hierher gefahren, mit einem Freund. Was ich noch weiß, wir sind kontrolliert worden. Ich hatte natürlich keinen Fahrschein, habe aber auch nie was bekommen. Okay, nein und dann sind wir hierher gefahren mit der U-Bahn und auf dem Hof standen ein paar Leute rum, also vor dem Haus 1 der MFS Zentrale und dann draußen vorm Gelände sozusagen standen so ein paar Leute rum. Und dann hieß es, ja, wir gehen jetzt mal rein so, aber in kleinen Gruppen. Also es waren so immer zwei, drei Leute. Und dann war da eben vorm Haus 1 dieser große Parkplatz und da standen eben auch Autos so und dann hat man sich da eben so ein bisschen rumgetummelt und ist rumgelaufen. Und dann hieß es, okay, wenn die Tür aufgeht und der Henry Leide reingeht, dann losrennen und rein. So und dann bin ich, habe ich Henry eben gesehen, wie er da zur Tür ist und da waren noch zwei bei, die hatten einen Ausweis vom Innenministerium, die damaligen Bürgerkomitee-Ausweise, beziehungsweise die vom Staatlichen Komitee waren, die vom Innenministerium und dadurch haben die aufgemacht. So war die Tür offen. Und der Henry Leide, das ist ein Mensch sehr groß, sehr kräftig, also den schiebt man nicht einfach zur Seite, deswegen musste er das mit der Tür machen. Und der hatte einen Keil, einen Holzkeil, den hat er drunter geschoben, damit die Tür nicht wieder zugeht. Und ehe die Polizisten mit Griffen hatten, die da drin waren, was eigentlich los ist, waren wir alle drin. Und dann sind wir hier durchs Haus und standen irgendwann an einem Übergang zum Zentralarchiv. Und an diesem Übergang, ja, die Tür war natürlich zu. Wir wollten ja das Archiv besetzen, ne. Die Tür war zu. Und da kam aber einer, der muss irgendwie Hausmeister gewesen sein oder irgendwas. Und jetzt kam noch nicht die Polizei. Da kam der und sagte, also irgendjemand sagt, wir brauchen hier Strom und eine Flex oder eine Bohrmaschine oder irgendwas. Und da hat er gesagt, ja, er holt das mal. Alles klar, gut. Und dann kam aber schon die Polizei und fing dann an, die Leute, die sie gekriegt hat, wieder aus dem Haus zu bringen. Und dann sind wir durchs Haus gerannt. Man kannte sich überhaupt nicht aus. Also, mein Gott. Und ich war durch Zufall mit Katja Havemann und Bärbel Böhler in eine Richtung gerannt. Und die beiden sind aufs Frauenklo. Und ich weiß nicht mehr, warum ich da nicht rein bin. Aber auf jeden Fall bin ich da nicht rein. Und vielleicht hatten die gedacht, so ein typischer DDR-Volizist, der geht doch nicht aufs Frauenklo oder so. Weiß ich nicht. Und dann bin ich weitergerannt. Und dann habe ich gesehen, wie unten vor der Tür Kerstin Gierke, auch eine Mitarbeiterin in der Umweltbibliothek, von zwei Polizisten irgendwie, ja, ziemlich, es misshandelt, kann man noch nie gleich sagen, aber doch ziemlich brutal hier rausgezerrt wurde. Und da bin ich runter und habe den Polizisten getreten. Da hat er sich natürlich auf mich gestürzt. Kerstin konnte weg. Und der Polizist brachte mich dann rein. Und ich saß dann unten beim Pförtner, sozusagen, da drinnen in dieser Hütte. War so eine ganz kleine Hütte. Und mir wurde dann dann schon gesagt, ja, sie kriegen die Anzeige wegen Widerstand gegen Staatsgewalt und Körperverletzungen und alles sowas. Und habe dann gestaunt, als mich auf einmal Hans Schwenke, damals Mitglied des Bürgerkomitees, und Heike Glinde, auch Mitglied des Bürgerkomitees, irgendwie mit zwei Ausweisen runter, also kamen rein in dieses Kabuff, klappten ihre Ausweise auf und sagten so, den nehmen wir jetzt mit. Ich dachte, scheiße mit, was für Leuten hast du dich eingelassen, ne? Weil die Heike kannte ich so ein bisschen vom Sehen, so aus der Szene, aber mir auch nicht. Und Hans Schwenke kannte ich nicht. Den habe ich da quasi kennengelernt. Und die brachten mich dann hoch in die dritte Etage, glaube ich war das, wo wir dann ein paar Wochen waren. Und dann kriegte ich mit, die hatten ja ihre Innenministeriumsausweise. Und da gibt es irgendeinen Balken, der da drüber war. Der war besonders toll und dadurch haben die mich einfach abgeholt. Und dadurch bin ich im Endeffekt oben geblieben. Ansonsten wäre ich auch draußen bei der Mahnwache gewesen, die ja auch dann gleich am selben Tag installiert wurde. Ob sie von Leuten, die eigentlich drinnen waren, dann aber rausgebracht wurden oder rausgerannt sind. Aber das war eben natürlich auch, andererseits muss man sagen, perfekt. Weil hier drinnen hätte uns vielleicht, man hätte uns schon wahrgenommen, aber durch die Mahnwache war auch nochmal die Möglichkeit tatsächlich nach außen, also richtig nach außen zu agieren. Das wäre hier drinnen eventuell nicht gegangen, weil man hätte ja wusste Tore zu machen müssen.